Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Scramble.io. Heute wieder mit mir, Philipp, mit Judith, unser bezaubernden Judith und Manne. Moin moin. Hallo. Ja, der ganz bezaubernden Judith. Das musste nochmal sehr erwähnt werden. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. So. Los geht's. Äh, okay. Ach, ich weiß auch nicht. Oh Gott. Was ist denn so klein bei mir? Also. Ach so? Nee, das Bild zum Beispiel war so klein. Ja, okay. Guck, was ist das denn? Soll das gerade sein oder muss das so? Nee, das soll gerade sein. Ah ja, okay, also muss so. Gut. Hä? Nein. Nee, Quatsch kann ja nicht sein. Und jetzt kommt das Eigentliche. Mhm. Vielleicht muss man dann da noch so. Nee. Nee. Also es geht eher um. Ja, ist das wohl mit der Lampe oder ein Pfeil? Das ist ein Pfeil. Muss da noch rot sein. Was ist denn das hier oben? Die Decke. Genau. Und. Genau. Und was ist das denn da? Ach, echt jetzt? Okay. Ja. Decke, Decke, Dach, Dachdecke. Ja, ja, wo ist die denn? Na oben. Ja, und die ist, äh. Plach. Also. Ich weiß nicht. Nee. Halb groß, was? Halb? Nein. Oh, bei mir kommt es ganz schön spät. Ähm, jetzt. Zwischendecke. Ja. Ja. Ja, da fehlt aber oben noch eine Etage. Ja. Ja. Ja, naja. Aber gut. Aber gut. Dann muss ich doch wieder sagen, ich hätte mir noch anders meinen können. Ja. Ja, ist ja gut. Denk, denk an den. Na, ich nicht. Denk, denk an den hasserfüllten Kommentar letztens. Ja, der war nicht so nett. Auch ich fand's lustig. Hätt man alles anders meinen können. Oh, ich glaube, ich bin übersteuert. Ja, der soll mal lieber hierher kommen und das anders malen. Er hat doch kein Mikrofon mehr. Ach so. Also hat er doch dir gesagt. Also uns nicht, aber dir. Ja, ich dachte vielleicht, dass er jetzt wieder was Neues hat. Ja, Marco, melde dich mal. Grüße gehen raus, ja. Ist das so langsam? Ja, ich mach's den extra auf sich langsam. Damit's nicht so schief wird, wie bei dir. Ja, ich fand nur, hat das hier auch. Ähm. Hm. Ja. Sehr schön. Ach so. Aber gut. So, das musst du doch kennen. Den hast du doch. Oh, und der malte immer noch weiter an. Ja. Ja, wieso nicht? Das ist der Weg für dich, ja. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was eine Schaufensternschnuppe ist. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich wollte gerade sagen, hä, wieso Malik denn heute so, so gerade. Da hat wieder jemand heimlich geübt, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. So. Ähm. Da machen wir jetzt hier, ähm. So. Bisschen was hin. Damit man so ein bisschen sich vorstellen kann, was das sein soll. So, ne, ich mach jetzt nicht überall alles voll hier. Also ein bisschen. Das ist nett von dir. Ja, der rote Pfeifisch. Ja, Moment, Fräulein. Ja, die Zeit. Ja, toll. Ähm. Jawohl. Yeah. Okay. Ach. Nee, nee. Aber es hat jeder Schrank eigentlich. Also sollte er zumindest haben. Ja. Ja, klar, Regal, äh. Mhm. Und ein Regal hat halt viele. Echer? Ja. Ah, die ist spät. Na, Mensch. Judith! Ja, bin ich dran? Ja! Ja, Steuer. Judith. Ähm. Ja, ist ja gut. Ähm. Die Frau kriegt Panik, glaube ich. Äh. Ich weiß, hier ist es nicht, aber ich muss es immer machen. Du machst ja ganz schön, Judith. Ganz toll. Schreibt mal Hashtag Judith in Ihren Kommentare. Mhm. Ja, bitte. Was ist das denn? Hä? Ach, hör doch auf. Ach. So, nur. Okay, gut. Judith? Ja? Ja. Schön. Krächts. Das halbheiserne Ding. Ich glaube, sie braucht eine. Zuckerwatte. Ich glaube auch. Zuckerwatte, da ist sie gleich wieder wach. Ja, warum nicht? Vorhin, vorhin, ja, ach, guck mal an. Vorhin meinte sie noch, nee, ich habe heute zu viel Zucker und nee, das reicht und äh und ii. Und jetzt, ach ja, so halbe Stunde später, ja, jetzt geht's wieder. Ja. Mit der Ruhe kann ich da gar nicht gehen. Natürlich. Ja, du musst ein bisschen stricken. Ach gut, komm. Komm, bitte für den nächsten Re-Udit. So, so, so. Na toll, jetzt ist es schief. Ja, Re-Udit. Was geht da so gerade? Hä? Gut, machen wir noch ein bisschen mehr. Judith, Seilbahn ist schon da. Ups. Nee, sieht anders aus. Hm. Hm. So, da ist es gebunden. Ja, Judith, musst du aber wissen. Oh Gott. Ist das sowas, da wo, äh, da wo Leute drauf rumhampeln, die so ganz flach hängen? Weil ich weiß gar nicht, wie die heißen. Äh, nee. Da wo sie darauf spazieren gehen und ein Kunststückchen machen und so. Nee, nee, das ist so. Okay. Äh, gibt aber sie vorerst. Äh, das ist auch eine Seilbahn. Äh, nee. Was gibt's denn da noch? Die nennt sich anders. Eingeborene. Ähm. Nennt sich anders. Hm. Anders. Hm. Er hat gesagt, die nennt sich anders. Thomas anders, genau. Hm, genau. Ich hab keine Ahnung, wieso ist da ein Penis dran? Äh. Ich hab keine Ahnung. Okay, die Zeit ist wieder um, aber es kommt nichts. Seil, Rutsche. Ach, herrje. Gut. Ah, oh. Ähm. Hätte man auch anders machen können. Ja, hör mal. Richtig, Judith. Mit ner Rutsche und so. Sie haben Seil und ner Rutsche, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie sowas aussieht. Deswegen male ich es jetzt einfach mal so, wie ich denke. Du warst auch so langsam. Entschuldigung. Gar nicht wahr. Ich war gar nicht langsam. Ich beile mich hier voll. Dein Internet ist langsam. Echt jetzt? So. Ja, keine Ahnung. Also heute ist da irgendwie der Wurm dran. Also bei mir auch. Der Stopp. Ja. Na, hallo. Aber da. So. Nicht ausrasten, Judith. Alles gut. So, jetzt musst du es aber wissen. Ne. Wie jetzt? Was ist denn das? Guck was. Ja, ich hab halt keine Ahnung, wie sowas aussieht. Ich weiß nicht, was ist. Ja, was ist das? Naja, ähm. Was ist das hier? Ich denke mir so an eine Kanonenkugel. Siehst du hier irgendwo eine Kugel? Eine Pistole. Ein Gewehr. Ja. Ein Gewehr und das hier. Aber was kommt da raus? Eine Kugel. Wo siehst du denn da eine Kugel? Ja. Ein Flammenwerfer. Ach, schon wieder. Ja, ach was. Wir hatten alles mal in den 100 Folgen fast. Oh Mann, ich bin schon wieder dran. Ach nee. Kannst du mal sehen, ne? Ach nee, komm, lass uns heute aufhören, was? Ich hab genug gemalt. Oh, ich glaub ich hab... Nee, doch nicht. Ja. Die könnte so raus schneiden, ey. Äh, schreibe. Ich sollte aufhören. Ähm. Aber ihr könntet auch mal was sagen. Mann, hör auf zu reden. Das wird nicht. Hä? Sind das jetzt Tränen, die an einer Fensterscheibe geschmiert werden, oder? Nein. 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 Jetzt wieder ganz langsam. Und dann stockte kurz und ist das ganze Bild auf ihm, oder? Ach. Okay. Ja, genau. Okay. Gliedschatten war das. Ja, genau. Schiedladen. Äh, Gliedschatten. Ja, natürlich, hallo. Uh. Trag ich selber, nein. Echt? Ja, natürlich. Hast du noch nie gesehen? Das ist flanke. In der Ruhe, Mensch. Nein, niemand. Und das ist braun. Yay. Ähm. Ja. Ja. Macht mir jetzt frei lange, musst du recht. Na toll. Ähm. Ähm. Ja. Bist du noch? Nee, ist alles zu lang. Ach. Wie heißt das? Ähm. Könnte noch das dazu machen? Hm. Das traust du nicht? Okay. Ja. Nee, das ist es nicht. Nicht? Ähm. Warum nicht? Nee. Mit M. Hör doch auf. Das ist gemütet. Ja. Ach. Okay. Ja, damit kennt sich die Frau wieder besser. Ja, 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 ja. Hä? Na, na, ich hab kein Mop, also ich hab nur einen Dampfreiniger. Ja, das ist ja auch schon mal was. Nö. Was grün ist? Mhm. Also muss nicht unbedingt grün sein. Äh, ja. Okay. Ähm. So. Oh Gott. Jawohl. Was? Nee. Echt jetzt? Ja, Manu, wenn du den Witz kennst, dann ist es lustig. Das obere, das war eine Schlange und das untere war eine Schkurze. Es gibt ja auch eine Brechbohne, eine Algo oder so. Ja, Alter, du kommst, seid ruhig, ihr habt es ja auch doch erraten. Und Judith gewinnt schon wieder, was ist da los? Echt? Ich nehme, äh, das glaub ich. Ähm. Du glaubst. Okay. Ja. Glauben ist aber nicht wissen, junges Fräulein. Ja, ja, ist gut. Ja, ja, halt die Klappe. Lass mich mal machen. Schon wieder schminke? Nein. Schminke? Make-up? Nein. Oh, Schiel-Auge. Nein. For you? Nein. Wir sollen das schreiben und nicht raten. Also, so raten. I. Ach. Ist das der Mund? Hat er, sie ist da irgendwie Kacke dran? Oh Gott, wird er so geschrieben? Oh Gott, wird er so geschrieben? Keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen. Ein bisschen. Der aus Kacke bestätigt. Keine Ahnung, warum der braun sein muss. Also, es gibt auch so ein... Ähm, jetzt kommt das wieder hier. Mh. Nee. Zicken, vor allen Dingen. Nicht? Nein. Ein Ziegenbart sieht aber anders aus, ne? Nur mal so nebenbei. Nein. Ist das ein Kimber oder was? Oder was soll das? Das ist hier so ein Zuhälterbart, was sie gerade gemalt hat. Ein Ziegenbart? Ja. Nein, aber ein Ziegenbart gibt es auch so... Ja, der ist aber nur unten. Ja, genau. Der ist ja... Der ist ja... Der ist ja auch mal am Kinn. Nein, Google mal. Nicht. Nein, Google mal. Google lübt. Ach, Mann. Google mal. Ja. Das fehlt. Oh, scheiße. Aber was habe ich denn nicht da genommen? Ich fühle sie sich jetzt ganz stolz, weil sie gerade gewinnt wieder. Weißt du? Ne, Google doch. Ah, gut. Das könnte man auch anders mal. Ja. Ja, dann mach's. Sag ich jetzt schon. Hä? Was ist denn? Gut, mach's ganz einfach. Oh, Gott. Oh. Also kein Kreuz, da steht... Orange? Orange, manchmal mit einem Strich zuerst. Ja, das ist richtig. Ja, kein Orange. So. Weiß ist ja orange. Was ist das denn? Oh. Oh. Um das geht's. Um das Weiße? Ach. 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 Nein, das ist kein Lenkrad. Aber warum denn? Das muss ein Lenkrad sein. Ach, ich habe schon Streichen geschrieben. Aber das ist doch ein Kreuz, oder nicht? Ja. Ein Kreuz. Ja. Das Kreuz hat auch eine Bedeutung. Hm. Also nichts Religiöses oder so? Nicht? Ah, super. Richtig. Ja, richtig habe ich doch. Habe ich es falsch geschrieben? Nein, ich habe es... Nee, ich habe deins einfach nur vorgelesen. Hä? Nein, rat weiter. Guck mal, was ist denn da oben? Was durchgestrichen ist? Ein Strich. Ja. Und das andere ist ein? Ja. Kreuz. Das ist da drin. Pfeil. Wo der Pfeil drauf zeigt. Ein Plus. Ein Kreuz. Ein Plus. Positiv. Aber gut. Nee, oder? Das hätte man auch anders machen können. So ein Schwangerschaftstest oder so mit zwei Strichen. Positiv. Fertig. Ja, 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 ja. Wir sollen das wieder wissen. Test mit zwei Strichen. Was ist denn los mit der Frau? Du meinst, ich hätte einen Schwangerschaftstest machen müssen, oder wie? Ja. Richtig. Mit zwei rösser Streifen. Willst du nicht blau sein oder schwarz? Keine Ahnung. Der ist ein bisschen schief geworden, ist aber wurscht. So. Wurscht. Wurst. Nee, ist positiv. Wurst. 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 Ja. Lass mich. Ihr könnt es noch gar nicht wissen. Ja, eben. Der Fall fehlt. Ja, und auch das Wesentliche. Ja. Nimm mal das. Bitte. So. Ich weiß ja nicht, ob es schon so weit ist. Der hat irgendwas gebrochen. Was hat der was gerochen? Der hat die Schulter. Ja. Kümmere dich doch nicht um die Schulter. Ratet ihm. Aber die Schulter. Guck doch mal. Der ist doch nicht richtig so. Ja, aber der ist doch also krank. Ja, ist er. Aber oder sie. Achso, ist sie. Ach, Judith. So. Ähm. Hä? Stellen wir sie mal nach draußen ein bisschen. Nach draußen? Hm. Na, worauf zeigt denn der Pfeil? Der Pfeil. Der Pfeil. Der rote Pfeil. Hä? Der ist kein roter Pfeil. Wie jetzt? Och nee, oder? Ich bin eigentlich schon fertig. Mit Alet. Ja. Oh. Hä? Was ist denn da los? Ich hab hier schon Hintergrund, Sonne gemalt und Alet. Hä? Nee, das will ich jetzt erst. Jetzt kommt jetzt der Boden, der grüne Boden oder so. Ja, ja, genau. Hä? Was ist denn da heute los? Dann müssen wir gleich nochmal gucken. Das kann ja nicht angehen. Aber jedenfalls gewinne ich. Das ist schon mal gut. Äh. Wenn ich dich gleich wieder rausfliege. Ist das so? Ist das so? Du bist beide nicht. Beide nicht. Der rote Pfeil. Ui, ui, ui. Ihr seid aber schnell. Ja, kannst mal sehen, wa? Bin immer so schnell. Was? Ihr seid, ihr habt im Team gearbeitet. Genau. Wir haben im Team gearbeitet, ja. Was? Nein. Nein. Nicht ohne mich. Was? Ja, ich mal. Ich verliere. Ja, Judith. Was gibt's doch nicht. Was ist jetzt denn los hier? Ja, das ist auch immer, weil ihr so langsam malt. Das ist das Internet. Das ist heute mal auf meiner Seite. Weil ich ja sonst immer verliere. Ist das eine Schweineschnauze mit zwei Popeln drin? Oder nein? Ich seh das noch gar nicht. Aber Judith. Es ist auf jeden Fall schon mal Judith. Na, vielen Dank. Ich seh ja sehr toll aus. Aber, ja, aber es sieht traurig aus. Wahrscheinlich, weil es kein Nutella-Brot gibt. Wahrscheinlich. Hashtag-Ad, Hashtag-Werbung, Hashtag-Nahm-Nennung und so weiter. Könnt ihr alles unten reinschreiben. Was ist das? Mach dir das mal ab. Ich bin da gar nicht fertig. Ist das eine Hand? Nein. Nein. Es ist jemand, der blaue Augen hat. Hat Yuppie blaue Augen? Nein, braune. Okay, dann ist es nicht Yuppie. Ist das jemand bei einer Halbplatze? Nein, doch nicht. Bei irgendjemandem ist gerade ein Roller vorbeigefallen, glaube ich. Ich habe da mal einen Versuchen hören. Du bist fertig. Wie, du bist fertig? Das ist bei mir noch nicht fertig. Hä? Das kann es ja nicht sein. Keine Ahnung. 4, 3, 2, toll. Null. Denn? Hä? Brünett. Brünett. Aber Judith. Das hättest du wissen müssen. Aber echt. Ja, ja, nee. Ist klar. Warum guckt die denn traurig, wenn sie rothaarig ist? Ja, also das ist rassistisch. Muss ich jetzt aber auch mal sagen. Und dann ist sie fröhlich, weil sie brünett ist. Wie geht bei? Da gibt es ein Kalender, ja? Nee. Vielleicht, ja. Mein Name ist sogar richtig geschrieben. So, ja, kannst mal sehen, wa? Es kennt nicht alle. Ich sag jetzt hier keinen Namen. Hä? So. Dann vielleicht, ähm. Oh Gott, ja, wie könnte man das noch machen? Ja, ist eigentlich so. In Ordnung schon. Müssen wir jetzt erraten, was da gespielt wird, oder? Nee, 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 nee. So, ich glaub, da wäre es jetzt jeder, was Bescheid ist. Äh, was damit gemeint ist. Ja. Ja, ist eigentlich alles. Jedes kann Pfeil kriegen. Also, ist ja auch hier der Pfeil. Haben wir auch hier, in diesem Spiel. Ja, hier stehen ja die Namen, ne? Wer gerade spielt. Und da drunter siehst du halt, hm. Punkte, ja. Mhm. Ja. Und das ist denn der? Ich glaub, es ist ja jetzt eigentlich gesagt. Nee. Leute. Punkte Stand. Nee, echt jetzt? Was ist denn da los heute? Oh Gott. Ich knippe. Ich muss ins Bett. Noch alles fallen können. Oh, zweiter. Yay! 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 Das ist ruhig, Judith. Oh Gott, ja, ja, ja. Alle in Deckung. Judith hat verloren. Ja, es war auch wieder schön, dass ich das auch diesmal wieder angetan habe. auch, wenn Judith nicht mal Dritter geworden ist. Oder Dritte. Oh Gott, wir können das warm anziehen. Ja, ich glaub auch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Mit mir, Philipp, Judith und Manne. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und tschüss. Tschüss. Oh Gott. Lass uns schnell weg hier. Tschüss. Tschüss.